Moment, okay, ich wollte gerade sagen, wie kann das sein? Und das Spiel spackt schon wieder ein bisschen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Verteidigungsanlagen. Ohne Cluster, aber wenn die unten stehen, kannst du sowas von vergessen? Oh, ich mache jetzt mal einen Speicherstand. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ach ja. Ohne Cluster. 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 und könnte sich ein bisschen abgeschossen werden da sind aber weiter bei und der lager schon gefüllt für übrigens kleidung gibt es nämlich auch eine herrungenschaft wird ich gerne hier wurde dreist und schwach geboren heute werdet ihr hart und ich schiefe auch einfach nieder aber die feuerländer macht es schneller da habe ich dann noch eine zwei hinten kleidung scheint ganz gut zu laufen eine nachricht von hiti mein vater war ein strenger mann voller disziplin werte die an mich weiter vermittelt hat ja überhaupt nicht kann man nicht helfen so richtig werde mit den donnerbomben typen licht war ja gut gekleidet läuft doch gibt es keinen anzeige für die produktion aber vielleicht mache ich noch ein bisschen mehr in sachen produktionen hier ich meine die anderen verlangen niedrigere steuern jetzt oder zumindest sehr bald eine nachricht von chintzion welch feind lächerliche hunde niemand wird euch nun noch retten was ist mit faust ins gesicht fahrneller ich hab ja auch hier sozusagen ziemlich alles noch mal trotzdem noch die dinger hier ich brauche halt immer lange bis meine wirtschaft so richtig steht gibt auch eine errungenschaft dafür dass ihr sehr viel mauern baut gespeichertes spiel überschreitet schon fast wieder abgestützt glaube ich extrem steuern steht mir dieses seidenkleid was meint ihr hoheit ohne sieht es besser aus diese seidenkleidung ist sehr luxuriös hoheit jetzt da wir tee haben kann ich mir gar nicht vorstellen wie es je ohne ging hoheit dank dieser tempel beneiden uns die anderen festungen in der gegend ich muss meine eigene mutter verkaufen wenn ihr die steuern nicht denkt wie gut sieht es aus vielleicht kann ich noch irgendwas aushandeln ihr seid ein sehr erleuchteter herrscher hoheit diese tempel bezeugen dass keine nachricht von tötet alle im inneren zeigt keine gnade und verschonten niemanden würde schon eine starke truppe jetzt sehr schön vielleicht kann ich hier noch ein bisschen mehr blödsinn machen das kann da nicht platziert werden hoheit wir werden angegriffen die feuerlangen heute erwarten auf befehle die feuerlangen heute erwarten auf befehle ich habe einen ratschlag für dich sie oder fahr doch keiner oder selbst krieger aus leben würden besser kämpfen als diese hunde das rote hier wahrscheinlich tempel fangen wir mal an holt ihr mal den wolf belagungsgeräte aber ich glaube da kann bestimmt auch angreifen dieses spiel super schnell auch wenn ich weiß dass ich da nicht pervers sind aber es muss halt sein hat der feuerleinsten weiter vielleicht könnte ich auch einfach so reinnehmen die pferde sind bereit die habe ich auch schon lange nicht mehr eingesetzt glaube ich so missgefühlt was kriege ich denn für kleidung war es werden das wertvoller ist Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich sollte meine Strategie überdenken. Das schwächt meine Position. Wir brauchen keine Gefahr. Richten Sie alle hin. Oh, der Wolf haut hier ordentlich rein. Was kreffen wir an? Die Mörser macht ja viel Schaden oder Ende. Und die Kaffee ist auch nicht ungefährlich. Wir warten auf uns. Schieß mal bei den ersten weg. Juppie! Wie es wird's! Halten wir um die Werte! Idioten! Ja, das war's. Gut gekleidet. Wie ihr es wünscht! Wie ihr es wünscht! Reiten Hunde! Eine Nachricht von Jin-Chi-Wong. Wie ihr es wünscht! Ihr wurdet weich und schwach gebildet. Heute werdet ihr hart und steif sterben. Dieses Bauwerk ist unzugänglich. Die sind eigentlich noch gar nicht auf Angst. Nein? Ihr wisst bis zu Hause und zu Hause ! Ja! Wie wird die raushalten? Außer wir haben sie! Schießen ihren Bogenschützen drauf. Das kann der nicht überleben. Auf! Pfeifen! So gut gepanzert. Um sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot ist. Oh Mist. Alle Ländereien unter den großen, wellen Himmel gehören dem Kaiser. Was ist jetzt los? Hm. Wie komische Back. Ja, jetzt sollte ich ihn noch nicht übernehmen. Warte mal, bis sie rausgehen und bis sie mich anklappen vielleicht. Hübsch wird das nicht werden. Vielleicht solltest du deinen Blick abwenden. Wieso? Sie kommt halt hinter. Wieso? Sie kommt halt hinter. Eine Nachricht von Chin Chiu Wang. Du stehlst mein kaiserliches Land. Dein Hundeblut wird die Felder bewässern. Warte! Ja, blutreich. Wir brauchen keine Gefangenen. Richtet sie alle hin. Wie ihr es wünscht. Ja, reitig genau rein. Nein, genau so habe ich mir vorgestellt. Ah, da war ich teuer. Aber es lohnt sich tatsächlich, wenn der angreift. Ist das passiert? Das ist doch, dass dieser Kriegsherr zurückkehren würde. Wir werden angegriffen. Wir brechen auf. Yippie! Der Donner uns über Rufe wird über die Ebene entscheiden. Ja, das ist auch noch harder. Reitet Hunde! Halt mir um die Wette! Der Donner unserer Rufe wird über die Ebenen schallen. Reitet Hunde! Komm mit deiner Armee wieder weg. Das ist nicht deine Armee. Reitet Hunde! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an! Das ist einfach nur eine Stützungsarmee von einem Typen. Das ist eine Armee. Das ist ein Armee. Das ist ein Armee. Und das ist ein Armee. Das ist ein Armee von dem. Jawohl, Burgherr! Ja! Die Pferde sind bereit! Los geht's! Wie es wird! Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen! Der Verteidigungswert von so einem Hügel ist halt einfach enorm. Komm! Reitet Hunde! Ha! Reitet Hunde! Reitet! Reitet Hunde! Oh nein, Ninja! Und cool. Geh vielleicht doch mal zurück. Ein Gemetzel. Metze, Metze. Mehr Befehle, schätze ich. Jawohl. Schnell. In den Kampf. Ja. Guck mal, dass wir die überholen. Versteckte. Wir warten auf euch. Juhu. Los geht's. Ich glaube nicht, dass es klappt. Eine Nachricht von Chin Chiu Wang. Ihr wurdet weich und schwach geboren. Heute werdet ihr hart und steif. Außerherz vergessen. Was steht hier eigentlich? Oh, der ist unwichtig, wie es scheint. Ich sollte meine Strategie überdenken. Das schwächt meine Position. Heute war durch. ein bisschen unterstützen ich bin immer so motiviert sie werden wie viel sterben ich habe dadurch ein bisschen alles tor offen ist wenn wir drin eine weitere erkenntnisse nicht ich habe dran gesprayt sie werden es brauchen ich glaube du wirst ein bisschen mehr da gebrauchen ich glaube du wirst ein bisschen mehr da gebrauchen dieser sturmeingriff ich werde in die analen der geschichte eingehen ich habe es so erlassen die joshie scheint als hätte dieser kriegsherr endlich vernunft angenommen könnte das jetzt passieren wir warten auf euren befehl in den kampf ich würde jetzt einfach so ja jawohl wer mitleidet sie sie werden wie viel sterben schöner angriff von mir gegen angriff gegen angriff aber jetzt wird die luft langsam dünner hauptmann reiten wir um die welt ja aber wie euer befehl wirst du wirst schon bald feststellen dass dies ein fehler war warum sollte reitet hunde reiten wir um die welt wie ihr es wünscht holen wir die kavallerie und die sind jetzt absolutes pfeilfutter reiten wir um die welt reiten wir um die welt yippie reiten reparieren attacke wie ihr wünscht wir brechen auf hat eigentlich nicht so viel könnte ich eigentlich jetzt sogar schon angreifen gespeichertes spiel überschreiben primär die mönche ja wenn die rausgehen sollte ich abhauen du weißt schon dass du in der defensive bist schön wie auch immer macht das ihr soll ja egal eine nachricht von chino ihr wurdet weich und schwach geboren heute werdet ihr hart und steif sterben macht das schon wie heißt der kleine ratte die kleine ratte ok ja da merkt man sich den höhen unterschied das kann da nicht platziert werden hoheit wo soll das heuerwerkstatt finden ja 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 naja ja 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 oh raketen sind geladen wo soll das heuerwerk stattfinden lasst die krähe fliegen zack gehört doch geld der typ mhm nein wirklich diese festung war sehr teuer ich weiß es nicht zu schätzen dass du sie eingerissen hast und der mir auf dem sack ich muss damit rechnen nicht nachbaut doch es brennt ja das hat nichts hat ein problem wir werden angegriffen eine nachricht von hideyoshi die renner alle durch strenger mann wit werte die er an mich weitervermittelt hat Ah, willst du mich besuchen? Wir sind auf dich vorbereitet. Wie haben sie das überlebt? Wem jagen wir? Wie ihr es rückt? Lasst Pfeile über ihnen herab hageln! Oh, die ist schon drin. Interessant. Hier geht auch mal hin. Und das? Ah, so sehen die von innen aus. Das war tatsächlich nicht so ganz geplant, aber es funktioniert mit dem Feuer. Ich wollte einfach nur hier eine Breche schlagen, damit die ihr weitermachen könnt. Aufhören, angreifen. Also wenn es einmal brennt, dann sind die Schäden einfach enorm. Hm. Ähm. Äh. Wie die Ösche ist verletzt? Nö, ich glaube nicht. Ja, der andere hat immer gesagt. Oh, ich bin da dabei. Aber das ist, das ist das der Streifen. Und da haben wir mal ganz besucht. Ich bin da dabei. Was? Da woher zu sein, ich bin da sicher. Oh, das ist das Oberfluss. wenn die einmal brennen und brennt für gewöhnlich jetzt sehr sehr viele so dass wenn sie wohl ach so kriegshand ja jawohl der raketenwerfer kann abgefeuert werden ich weiß es nicht zu schätzen dass du sie eingerissen hast ich bin ich alleine da ist das hier wird wahrscheinlich noch abwehren aber die könnten ihn auch schon vernichten immer bambus biegen vielfältig die würze des todes mit ehre sterben ich finde es gut dass wir mit der umschaft jetzt wieder angezeigt werden gut genug mich zu besiegen ja du bist schon tot okay